Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Angerdrim, zu einem kleinen Zwischenvideo. Was heißt klein? Es geht um eine ganz große Sache, nämlich die Weihnachtsverlosung auf Zwergenfürst LP. Ich habe hier was besorgt, hier in einer wunderschönen, wundersüßen Weihnachtsmann-Tüte. Schaut euch mal den Weihnachtsmann an, wie süß der ist. Da habe ich drei Filme für euch drin, drei DVDs, die ihr bis Weihnachten gewinnen könnt. Das ist einmal eine Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey, Ebeneezer Scrooge. Ja, das ist der eine Film. Der zweite Film ist Der Polar Express mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und der dritte Film ist Der Kleine Lord. Ein etwas älterer Film. Sind alles schon ältere Filme, aber Der Kleine Lord ist der älteste. So, fangen wir es los. Ich mache ab heute eine Verlosung bis zum 21. Dezember. Die drei Filme könnt ihr gewinnen. Ja, dann kann ich mal den hier nach vorne machen. Den finde ich persönlich den schönsten. Sind alle drei schön. Es sind, ich habe mal die drei schönsten Weihnachtsfilme rausgesucht, die ich kenne. Und werde sie jetzt an euch verlosen. In diesem wunderschönen Blutsäckchen hier. Da kommen die so reingesteckt. Und dann wird er zum Einmal rumgebunden und verschickt in ein Paket. Und dann bekommt er das so in dem Tütchen hier geschenkt. Und was ihr machen müsst, die Teilnahmebedingungen, um das hier zu bekommen, sind folgendermaßen. Ihr müsst in diesem Video ein Däumchen nach oben gegeben haben. Meinen Kanal abonniert haben. Ja, ich möchte meinen Zuschauern und Abonnenten etwas zurückgeben und nicht irgendwelchen anderen Leuten, wenn ihr wisst, was ich meine. Und zum ersten und zum zweiten geht es auf YouTube nur über die Ambo-Box. Also, ich muss euch angezeigt kriegen und dann kann ich euch eine Benachrichtigung über YouTube schicken und dort eure, dann könnt ihr mir eure Adresse schicken und müsst das nicht veröffentlichen und dann kann ich euch das zusenden. Das ist der zweite Punkt. Ja, das sind die zwei Punkte. Ihr, was ihr machen müsst. Um das hier, kann ich noch mal zeigen, zu gewinnen, ist, schreibt in die Kommentare, welches euer fantastischstes Weihnachtserlebnis ist. Ja, das kreativste und das schönste Erlebnis gewinnt. Ja, ich zähle es nochmal auf, Voraussetzungen, einen Daumen nach oben in diesem Video. Abonnent sein, uns den Kommentar unter diesem Video geschrieben haben, welches euer fantastisches Weihnachtserlebnis war oder ist. Da freue ich mich schon auf eure Einsendungen und freue mich an einen glücklichen Gewinner, dann am 24. die Geschenke zu verschicken. Am 24. zum Ende des Adventskalenders werden die Geschenke versendet, das Geschenk. Ja, ihr solltet natürlich auch meinen Adventskalender geguckt haben. Ja, ich packe euch dann da noch eine Autogrammkarte von mir rein und ein Schokoladen-Nikolaus und... Ja, das ist dann das Gesamtpaket, was dann verschickt wird als Gewinn und ja... Macht's gut, gehabt euch wohl und ja, wir sehen uns in den Kommentaren. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao!